ja herzlich willkommen zu let's play airbag uns hat das spiel einfach gut gefallen und wir brauchen ehrlich gesagt auch noch ein bisschen stoff für nächste woche sniper lite kommt ja und jetzt halt random schlüssel im letzten ausschuss kommt halt airbag weil mir das spiel ehrlich gesagt recht gut gefällt wenn du es nicht alleine machen willst und ich es nicht alleine machen will also ihr habt ihr habt ihr das take on titan video dann schon gesehen und das hier kommt und ja in der zeit also wenn ihr das hier seht bin ich nicht da weil das ist eine woche früher aufgenommen und ich fliege halt mit meinem stift rum ihr seht das gar nicht ist wahrscheinlich auch besser so naja und es ist halt dass ich dann jetzt wo ihr es seht bin ich nicht da ist ja auch egal ihr seht es und freut euch und ja wenn ich ohne mich auskommen müsst wird natürlich besser der alex muss auch eine woche ab jetzt ohne mich auskommen also ihr seht ja wenn ich nicht da bin ja warum habe ich denn jetzt wieder den billow flieger wir müssen neu anfangen jetzt auf den anderen billow flieger einstellen müssen du spaß ja hatte ich doch ich hab da irgendetwas anders aber ich kann ich kann das hd weg machen cool 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 in creeper da läuft ein bläuer wo hast du den her gekauft cash für money oder was das spiel ich finde ich spiel reinge cash ich lauf mit so die muss ich ja mit x absetzen oder weil dein maul ja mit was muss ich absetzen x y y was oder ein bisschen ein bisschen aggressiv kann es sein ja meine nein er hier so als ich erst mal moneymaker letzt warum kann ich kein moneymaker aber ich habte er gerade ich habe irgendwas komplett falsch gemacht ja du musst die moneymaker dann hier in diese luken setzen ja aber ich hab die nicht mal in meinem inventar ja dann muss dein inventar wirklich immer vorher noch mal nachgucken das ja ich hatte irgendwie alles richtig und dann hat sich dann den piloten geändert und dann war alles falsch ja musst du dann nächste runde darauf achten habe ich jetzt hier moneymaker und jetzt auch da kommt wieder einer let's get rich würde marvin jetzt sagen oh da bin ich gerade auf dem zweiten bildschirm gewesen und mein typ hat einfach weiter geschossen ja geil ja stimmt da kannst du mit deiner maus dann auf den zweiten bildschirm rüber gleiten ne ja ich kann gleiten wie sonst über über ja das kann ich ja ich habe getötet oder auch nicht steht zwar longhorn aber ich fahrs sie benötigen merker halt dein maul sie benötigen halt dein maul hast hier longhorn bitch nur longhorn wir machen hier die long john dong die longhorn taktik 14 arsch fick was was ach so jetzt wollte ich mit y die einheiten aufnehmen war inkompetenz der grieber seins ist doch auch irgendwie eine a10 hat oder zu fahr mal flieg mal her los da ist ein warthog ja und was ist ein warthog eine a10 kapitel 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 bitte bitte ne kann ich kann ich die gar nicht hier nicht da einstellen wenn ich sie haben will schade so wir schauen jetzt mal hier haben wir auch noch eine produktionsstätte man nicht mit gern machen kann ich nicht ja wenn ihr für uns tipps habt für das spiel schreibt es einfach in die kommentare weil ich tern werde drauf vielleicht lesen auch mal die kommentare nein wir haben das kommentar gelesen vielen dank dafür ne der ich weiß noch kommen wir wieder nicht auf den namen der blatt schermann bladdy eines oder so ja genau danke noch mal weil der 47 schaden ich bin fast doch ganz ehrlich das ist eigentlich total das gute spiel der stelle dass seine tanks sind und ich stelle einfach in den einen von meinen johann hohann und freut mich mal aber dein maul ganz ehrlich unterhaltung pur hier bei uns sowieso immer immer so moneymaker mit glaube ich genug kommen wir kriegen aber ich habe geschossen von welches mal ich bin gerade bei einer anderen basis als du ja ist mir egal aber wir erobern jetzt meine neue und da helfe ich jetzt meinen truppen mit weil ich bin ja hier papa billo ne papa billo achso ja ich satt hier nur die einheiten dahin wo sie gebraucht werden ja papa billo macht das schon ja der macht unsere moneymaker kaputt hast du toll gemacht ja nur halt mal den maul ja selber gleich tot hier die kommen jetzt zu zweit zu unserer hauptbase merkst du ja magst du selber das ist nicht in ordnung ja ich habe einen kaputt ja ich mache jetzt hier mal ganz viele geschütze unsere hauptbase ja ja ich baller hier jetzt mal mit geschütze zu aber ich finde es ehrlich gesagt recht cool also wie gesagt bin das free to play habe ich mich jetzt noch nicht so eingefunden ob es jetzt gerecht oder ungerecht ist ist mir bis jetzt auch egal aber ansonsten finde ich es bisher ist ganz cool es ist halt irgendwie so ich weiß nicht ein bisschen arcade ist es schon also es komm mal bitte zu der komm mal bitte zu mir ich hab grad hier ja hallo an unserer hauptbase kommt auch die ganze zeit irgend so ein bisschen ja hier auch lol der wird grad voll gefickt ja wo denn wo bist denn du weiter vorne ich merk's wenn unsere hauptbase attackiert wird dann merken wir es her dann kommt ja so ein lautes pieken ach dass sie sich immer verpissen muss sie sau welches scheißgeschäft schießt denn hier ihr kacken ja 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 tschau jetzt erstmal hinten so eine kugel raus lol was ist denn verkehrt mit denen ok die haben wir hauptbase aber schon irgendwo auch gesichert longhorn taktik meine fresse alter kommen da viele ja eben hast du minen ne longhorn taktik lol da kommen echt ein bisschen viele ja das ist wahrscheinlich hier dann weil wir halt einfach nur reinsetzen und vielleicht ist es eine bessere taktik einfach mal zu warten bis man viele hat longhorn taktik ja hier schick mal bitte kleine truppen ja nein longhorn taktik dieser beppo ne der geht mir so auf den sack ja ist auch so level 7 lol ich geh so ab hier ich bin schon wieder tot lol die nehmen die scheiße instant ein ach ich verpisser so leck mich lecker ja die nehmen auch schon gleich die nächste ein hier ja ich merk's ja weil die das halt geplant haben weißt du die sehen uns ich glaub die haben ne taktik und zwar eine die besser ist als die longhorn taktik nix langer taktik zieht immer ich nehm alles zurück na solltest du auch ok greif jetzt mal mit an hier leute das kann es doch nicht sein ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht die haben nie gespawnt so das war so ein ja ok war da bin ich kaputt gegangen ehrlich ja ich hab das nicht ganz hingekriegt von wegen minus eine ja geil minus eine sekunde für 2000 credits ja kein ding digga los kann es doch nicht sein dass wir ewig an dieser einen basis hier festhängen ja jetzt scheinbar doch er ist schon wieder tot mal was ist denn das er macht mir wieder richtig spaß gerade letztes mal ging es irgendwie noch einfacher ja letztes mal die auch wirklich spaß dabei und dieses mal ja weil du einfach nur hin und her gefahren bist und alles kaputt gemacht hast ja komm halt im maul ja komm ja ok ich komm jetzt geschütze ich komm jetzt geschütze hier unten finde ich schon wieder hammernervig ich höre jetzt mal ein paar geschütze ran ich muss kurz sagen wir stellen hier einfach geschütze ran ja einfach ok mach jetzt hier umschalten auf geschütztaktik wir machen einfach so die defensive atlantik wall taktik ja ich hole mir gerade auch noch ein paar creep paar creeper was machen die eigentlich? sie müssen selbst einhalten oder? creeper ja die gehen auch in die festung rein die feste let's make money let's get rich oh da habe ich wieder die longhorn taktik gemacht schade komm mal wieder zwei longhorns los creeper wer kriegt man eigentlich den creeper? kauft man sich den oder was? ja ich habe mir den mit diesen cars gekauft die man am ende kriegt ok ok haben wir noch geschütztaktik oder? ja erstmal schon komm stirb doch dran ja ok bitte stirb dran ne ja los geschütze schießt achso ah ich war wieder auf dem zweitbildschirm ja geil ja dann lass jetzt hier irgendwie 10 milliarden soldaten machen ja dann setzt sie mit leertaste ab oder nimm sie einfach mit ich versuch grad nochmal hier diese wichse zu kriegen ja man könnte doch mit leertaste auch irgendwie mehr einheiten nehmen oder? ja wenn du äh wir werden angegriffen freunde ja genau holt halt noch mehr einheiten Alex komm mal zur Hauptbasis ja die machen aber grad schon die andere Basis aber ja mach ich hauptbasis hallo guten tag gut ok wir müssen äh Geschütze vor die Hauptbasis stellen oder irgendwas davor stellen du kannst ja auch einheiten nur stehen lassen ja mit leertaste einfach lol da kommen wir wieder viel lol ja oh alter was ist mit euch los was ist ja auch da ist die Hauptbasis jetzt gefehlt das heißt ja stellen wir irgendwas schön diese legs ne die geben so auf den Sack jetzt sterben du guck mal ey ja hau halt ab oh Beppo Mann was ist denn los? zweiter Bildschirm Beppo down ja Pressgeschütze ihr Huren das heißt lassen wir hier ein paar Soldaten farmen ja Soldaten bringen weit her vorne was schaffen die den Weg doch gar nicht bis zum Ende ja deswegen fliege ich hier hin ja deswegen fliege ich hier hin Pimmel lol Beppo was willst du hau da ab oh ja die nehmen noch mehr ein hier bei uns unsere alte Basis diese kleine ja ich würd sagen die festen uns gerade gehört kann das sein ja und ich bin gleich schon wieder tot los so ne Kacke gerade ne genau so viel Spaß wie ich das Bintal du kein Bock ey deswegen finde ich halt Echtzeitstrategie immer so ein bisschen wenn du da halt ohne Taktik irgendwie rein gehst Echtzeitstrategie also unsere Hauptbasis können sie nicht kriegen wenn sie die kriegen dann nenn mich Eiche Käse ey Eiche Käse nenn mich Eiche Käse Beppo verpiss dich du hässliche Sau Lexy ist auch noch da hm ja man ich bin schon wieder auf zwei ein bisschen es ist so nervig ja bau ihn ab schmeiß ich weg ja ja haben schon wieder ein Hummer Puzzle Daten wie denn ja was ja ich hol was brauchen wir dann zu da halten ja leil was eine scheiße man könnte es wie nicht machen alle sind noch da leil ja Lexy bringt ja erstmal wieder zehn ja dein Maul wie handelt ja vielleicht ist Lexy auch ein Junge Spaß Ollis Mutter ist auch ein Junge wie setzt er eigentlich fucking Geschütztürme auf seinen Bilo Tower da äh das sind die Soldaten ja das eine ist irgendwas dickeres lol lol man hat Nahkampf man hat Nahkampf? warum sagt denn das keiner euch? ich muss tranken gib Gas los Creeper geht rein da sie haben keine Energie mehr auf dem Maul Alex komm mal schnell her bitte naja bin auch im Weg ja hmmm halt tot wieder aber irgendwann bin ich bei 30 Minuten bis vor boah der Mensch ach wird es jedes Mal mehr ja oh scheiße bin jetzt schon bei 17 Sekunden oder so ja bau mich halt zusammen nein fresse hmm Spaß ja ich glaub das war im Tutorial wie mal seine Einheiten da in seinen Dings rein gefehlt aber ich hab's ehrlich gesagt nicht mehr nein du musst die einfach dann nur absetzen die meh 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 Pisser gib mir dieser Beppo wieder auf Eier Geil vielleicht schon wieder nichts spawnen achso wir haben zu viele Einheiten auf dem Feld müssen dann einfach wieder welche sterben joa aber die ne hmmm ja gar kein Problem boah was ist denn da boah was ganz ehrlich Beppo du Pimmelgesicht oh ja die haben schon wieder die Base boah wie sollen wir denn hier vorankommen das ist ja echt kacke wir werden hier echt zurückgedrängt die haben die Base natürlich hier aber wenn sie unsere Haupt Base kriegen das möchte ich sehen der ganze Himmel war grad fucking voll nur von hä wie zu viele Einheiten auf dem Feld gib es gar nicht nur weil die alle bei unserer Base sind ja weißt du was ich jetzt mach nee ja genau Panzer losschicken ich bring jetzt meine Panzer da rüber nehmen wir doch gerne den zweiten mit KOMFON die kennen wir immer noch fucking nein wir lassen aber die Panzer alle hier erstmal in der Base weil solange wir unsere Haupt Base halten machen sie nix Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir nicht vorwärts kommen. Ach, Slaberstuh, natürlich bringt was. Ich hab mir jetzt drei Longhorns geholt. Die werde ich jetzt alle gleich mitnehmen und der Hauptbase von denen bringen. Erstmal lieber der Hauptbase absetzen. Ich wurde erstmal hart angepokt. Ich hab jetzt nicht, wer es war, ist mir jetzt auch egal. Halt die Schnauze! Hey, wake up! Alter. Der Hauptbase ist aber auch leicht irgendwie so. Base hol ich mir jetzt hier von denen. Was leckst sie, die Sau. Wir müssen auch hier mal unsere Secondary Base halten, ja. Ja, ich hol mir jetzt grad eine Secondary Base ganz weit vorne, ja. Ja, geil, ja. Und die Lexi ist doch ne Nutte! Boah, komm, Beppo als Maul, ja. Mit deinem Dreckshelikopter, der wieder nichts gekostet hat. Boah, bring mal da vorne rechts, also wenn du auf der Minikarte guckst, unten... Weißt, ich töte Beppo mit dem ersten, ja, vorne rechts, ich komme. Nein, nicht rechts, da unten, die, nicht die ganz hinten, die weiter vorne. Ja, ja. Da versuchst du jetzt was hinzubringen. Aber wenn wir die haben, dann ist es cool. Vorne rechts, wo denn bitte? Ne, nicht da, warte mal, wo ist denn die? Die ist schon nicht direkt weg. Das ist genau... Ne, ich hab's. Ja, hier steht eigentlich Schütze von uns. Hey, Piss, dich Lexi, du... Boah, Lexi, komm, du... Alter. Ja, die ganz... Alter. Die ganz letzte da, genau. Die, die sie gerade eingenommen haben, oder was? Die haben sie nicht gerade eingenommen, die haben sie vor uns schon gehabt, das ist ihre... Aber wenn wir die haben, dann können wir uns freuen, weil... Ich bin tot. Aber wir haben sie nicht, keine Zeit. Hey, wieso haben wir denn... Wieso können wir denn jetzt nur noch 30 Truppen herstellen? Was ist das denn? Ja, weil wir zu wenige Bases-Assist haben wahrscheinlich. Ja, dann holen wir jetzt Bases-Assist. Ja, aber vielleicht von unserer Hauptbase aus, oder möchtest du das Feld von hinten aufräumen? Ja, weiß ich auch nicht. Hier sind einfach zu viele. Guck mal, wir werden von überall besetzt. Ja. Und das Problem ist, wir haben halt unsere Zwei. Wir sind einfach schon wieder tot. So eine Kacke, ich hab Bock mehr. Fick dich. Disconnect. Oh, meine Fresse ist doch echt scheiße. Ja, Huppe, es wird eingegriffen. Wie? Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr, Alex. Ne, Echtzeitstrategie ist einfach, man muss da die Ruhe behalten. Ja, komm mal da raus. Ja, wir stellen jetzt einfach alles so lange in die Base, bis sie aufgeben. Fertig. Oder bis wir nicht mehr produzieren können. Ja, oder so. Wir haben noch unsere ganzen Kumpel. Wir benötigen mehr Potenzial zum Bauen. Habe ich ja Potenzial, oder war's? Wir haben so viel Potenzial, dass es so schnell ausm Arsch rauskommt. Ja, greift halt von vorn an mit euren Pimmelbots, ey. Fickt euch ins Knie. Die Bots sind ihre Einheiten, das ist ein echt Streit. Scheiße. Was? 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 Mann, wie können wir denn so viele Einheiten haben? Die haben doch alles kaputt gemacht. Das ist vollkommen unlogisch. Hä, was war denn jetzt da nach vorne? Komm nur wieder zurück, Arschloch. Ja, ich bin jetzt schon bei 19 Sekunden, noch richtig viel zu regenerieren. Ich glaube, man stand bei 10. Aber zum Beispiel, ich habe, macht die ganze Zeit Beppo kaputt, die alle Pissnägel. Aber... Ja, alle Pissnägel. Was sagt Olli immer, du Eiernacken? Was ist denn ein Eiernacken? Was sagt der Letzte zu mir, wo wir da zum Fest wollten? Er so, habe ich Battlefield 4 gespielt bei ihr? Und er meinte, ja, du musst da noch, du Eiernacken. Ich sage, was willst du, was für Eiernacken? Was ist verkehrt? Er meint immer noch, dass ich aus Holland komme. Das ist doch normal. Ich bin aber deutsch! Ich komme, glaube ich, aus Russland. Die haben da ihre Hauptbase. Wie sieht deine Flagge denn schon wieder aus? Ja, immer noch wie letztes Mal. Oben Rot, dann Weiß, dann Blau. Ja, ist immer noch Holland. Echt? Ja, nee. Mann, ich bin kaputt. Also ich lese nur Skills auf. Spasti! Minus eine Sekunde, komm, gönne ich mir. Nochmal! Das sind alles unsere Credits. Aber wir haben ja Credits, wir haben halt nur keine Einheiten. Wie viele Credits hast du? Ja, nicht Credits, die sind ja da oben, glaube ich. Ja, wie viel hast du? Also bei mir steht 73.000 oben. Ja, ich habe 80.000. Unser Hauptbase wird eingegriffen, Freunde. Ja, hab ich mir jetzt gedacht. Boah, können wir uns jetzt nicht einfach kaputt machen. Boah, auch wie der ganze Blütchen erst mal rot wird. Du denkst dir, du bist am Sterben, aber von wegen. Es wird ja nur deine Hauptbase angegriffen. Ist doch alles in Ordnung. Weißt du, wenn wir jetzt halt Minen hätten, oder? Komm, Beppu, die Sau getötet! Checkport! Nächstes Mal nehme ich wieder meinen Paladin, ey. Einfach nur Geschütze. Wir machen jetzt echt die Geschütztaktik. Wir rücken mit Geschützen vor. Sie benötigen mehr Potenzial. Im Maul. Wir haben eh schon 35 von 30 oder so. Oh man, ich kann nebenbei es am S schreiben. So kackig ist das Spiel. Es ist echt... Ja, ohne Witz! Meine Mutter ist echt sehr streit. Ja, ganz ehrlich, ist es auch. Hallo, Mutterwitze, hallo! Ja, tut mir leid. Ja, mir ist es doch ganz egal. Jetzt auf meinem alten Handy überhaupt keine ganzen Bilder drauf. Was? Können wir mich denn jetzt kaputt machen? Ach, da ist Beppu, ja. Da steht hier unsere Aufmerksamkeit. Ja, Beppu, ich weiß schon, aber Beppu ist kaputt, ja. Ja, deswegen verlieren wir nämlich auch, Hura. Ja, am Arsch. Weißt du, ich kaufe mir die ganze Zeit alle Upgrades, die hier unten stehen und von denen ich keine Ahnung habe, was sie können, aber ich habe sie. Ich kriege nicht mal mehr Credits, ich habe jetzt 80.000 und dann ist Schluss. Ja eben, deswegen muss ich die Scheiße jetzt alles ausgeben. Auch praktisch, dass er währenddessen schießt, wenn er die Upgrades kauft, weil anders geht das anscheinend nicht. Ich habe immer ein Update, was ich noch kaufen kann, aber das kann ich irgendwie nicht kaufen. Ja, finde ich genauso. Oh, und er hat seine Panzer da. Ganz ehrlich, ich mache nichts kaputt. Boah, ja. Mit einem... Wo denn, bitte, wo? Ich bin jetzt bei 20 Sekunden. Mit einem Befehl kann Lexi alle ihre Panzer losschicken. Ja, das können wir auch, nur wir wissen nicht wie. Oh ja, bitte zerstört uns, ich habe keine Lust mehr. Ganz ehrlich, wenn du schon hier wieder mit Käpt'n Motivation am Spielen bist, das ist einfach geil. Ja, ist so. Boah, so kein Bock mehr. Stimm mal vor, Hitler hätte das gemacht, ja? Ja, Hitler war auch ein Billo, ey. Er war auch. Ja, komm, schieß halt. Ja, er hat da so einen legendären Mongo-Billow-Wix-Panz-Piss-Rotz-Panzer. Stirb halt. Ach, der Panzer schluckt und schluckt und schluckt wie eine Mutter, wie alles Marm, ey. Wie alles Marm, ey. Wie alles Marm auf dem Grill-Barbecue-Soße, ganz ehrlich. Boah, ja, ich zerstöre gar alle Panzer, fickt euch alle, ey. Komm, wir greifen jetzt an, nigga. Das heißt, wir greifen an, wir werden grad voll fertig machen. Achso, du meinst, achso, okay, ja. Ja, der hat 20 Sekunden sechs. Ja, du musst dich halt zurückziehen. Wie die Vorhaut, oder? Boah, ich hatte den Satz schon auf den Lippen, aber okay. Ich wollte gerade irgendwas mit Vorhaut sagen und dann, wie die Vorhaut. So, hier alle Upgrades, alles, alles. Kauf es mir. Kauf es mir. Mach mich fruchtig. Fruchtig? What the fuck? Bisschen nass oder so? Bisschen nass oder so? Bisschen nass oder so? Wird du okay? Okay. Begreift an jetzt, Freunde der... Hä, wir können... Hä, wir haben doch jetzt schon wieder noch weniger als... Schickst du dir auch noch in den Krieg? Kanonen-Futter. Jo, Matrose, lass mal Kanonen-Futter Bisschen nass oder so? Oh, wie viel Schaden wir den machen, Alter? Das ist zu übertrieben. Krass, ich habe ihn getötet. Auf zurück. Und ne Budel rum, Freunde. Ja, genau, die produzieren Panzer ohne Ende. Fickt euch alle. Oh ja, greift halt unsere Basis an, ich habe keine Lust mehr. Ich verteidige es einfach die ganze Zeit. Wir machen jetzt, Momo, wir defensiv. So lange, bis sie es packen. Weil es packen sie ja gerade eh nicht. Wir kaufen uns nur Upgrades und... Ähm... Hier, weißt du schon. Ja, ich stelle jetzt alles vor unsere Basis. Ja, wir zögern es raus, weil dadurch kriegen wir Level-Ups und Level-Ups machen uns toll. Ja, mach halt Geschütze. Oder es sind die Dinger, die du hast, besser. Drück einfach. Mach es! Das ist mir gerade egal, was ich hier produziere. Ich produziere. Produzier mich nicht, Laden! Vor allem das meiste, was aus unserer Hauptbeste rauskommt, ist, ähm... Upgrades. Ja. Leute, wie können sie uns den Schaden machen? Ist doch voll unlogisch. Wir haben eine... Boah, Beppo. Ja. Beppo, die Sau. Boah, jetzt lässt einfach noch ein Panzer hin, die Sau. Haben wir eigentlich nicht diese Repair-Bots? Die pendeln die uns nicht? So, jetzt hier. Ja, los. Jetzt können wir unsere Basis hier wiederholen. Welche? Die links von uns. Äh, eigentlich ja nicht. Ja, doch. So, jetzt müssen unsere Truppen da rein, und dann haben wir sie. Okay. Hol dir ein paar Truppen. Ich verteidige sie. Wir können gerade keine Truppen holen. Was? Komm, wir setzen deinen Geschütz vorhin. Okay. Nein, nein, kommen sie. Alles gut. So, heilen. Jetzt geht sie wieder voran, Freunde. Jetzt geht sie wieder voran, Freunde. Jetzt geht's voran. So, los. Ja. Produzieren, produzieren. Komm, jetzt. Ich glaube, damit hätten sie auch nicht mehr gerechnet. Jetzt ficken wir sie auseinander. Komm, Longhorn-Taktik jetzt. Einfach die teuerste Einheit. Ich glaube, es ist nicht mehr die teuerste, oder? Nee. Boah, kommt Beppo als Small, ja. Ich habe eine Einheit. Da habe ich aber die falsche Klasse jetzt leider für. Äh, Goliath. Ja, also, ich habe ja meine Soldaten für meinen Warthog und meine Soldaten für meinen Paladin. So, also quasi die falsche Klasse, sag ich mal. Ja, weil Lexi und Dingens hier gerade einen upragen. Irgendwie, wenn man tot ist, werden die Longhorns viel schneller produziert. Das glaube ich nicht. Nehme ich gleich mal zwei Longhorns mit. Haben wir die Bait schon wieder verloren? Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, weil Lexi und Baxi da alle gerade reingejoint sind. Nix ist es geben. Longhorns! Gebt ihm jetzt auf die Schnauze, die Sau, Junge, hör ab! Oh, Nahkampf! Da ist ein Goliath, pass auf. Gut, das tut. So, produziert erst mal und stellt das hier vor. Wir arbeiten uns jetzt langsam von hinten nach vorne. Zwei Stunden folgen ist so noch ganz normal. Darüber schieße ich jetzt erst mal. Die gehen mir da so auf den Sack, diese Dinge. Mann! Ja, er steht auf den anderen drauf. Hm, natürlich. Fall runter, drück Sack. Mach es. Mach es schneller. Oh Gott, da kommt wieder so ein Badass-Mofo. Mofo. Lutschmigen. Ich muss tanken. Okay. Ich mach den Badass weg. Ja. Oh, 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 oh. Ja, hat der Mau ja. Beppo. Geht wieder weg, ja. Wie viele jetzt gerade wiederkommen von diesen kleinen Rufen sollen. Wir holen uns das Nieds. Gebt halt alle. Ich hole die jetzt im Alleingang. Einfach, weil ich's kann. So. konflikt ich einfach ja okay bitte kaputt ja ich muss mir doch nicht immer leingang mein gott ich hab bloß alle vier raketen hinter dir so nein ja ungefähr so war es ja kann ich hier verteidigen oh da kommt wieder so ein badass badass mo fucker ich merke gerade wie viel spaß uns das spiel noch macht wenn wir so am gewinnen sind hier ja ist halt eine runde die lol was hat er denn er ist gott oder was gab es jesus oder was kannst du übers wasser gehen er ist unsichtbar geworden momo warum kann er unsichtbar werden sie oh ja wir können ein creeper spawnen krippe krippe musst du dir die nase putzen produziere dich land ich schwör produziere mir was aber die haben auch keine base und verteidige das ist schon komisch das ist irgendwie merkwürdig das finde ich auch irgendwie scheiße kann ich sagen hat alle an dich entnehmer und nixi die sau was willst du ab will hat zu viel beantragen hat es eigentlich leute die so ein spiel spielen haben keine hobbys ja wollte ich mir übrigens haben ja Ja, man kommt an die anderen Bases gar nicht ran, die haben so viel produziert. Ja, dann verteidigen wir die zwei Bases, und zwar wieder die nächsten Dreiviertelstunde. Ja. Und dann haben wir eine dritte Bases. Boah, die Folge ist so kacke lang, das ist doch so scheiße. Ja, ich mach da einfach zwei Folgen draus. Nee. Okay, lass dich. Dann warten die ja zwei Tage drauf. Da kommen zwei Badass-Panzer. Ja, gar kein Problem, die haben ja die Kohle, wa? Ah, Beppo ist auch da, schön. Freut mich, guten Tag. Tötet uns endlich, mein Gott. Aber sie kriegen's ja auch nicht. Tötet mich! Wir sind dann auch... Das ist so gut für sie. Ja, komm, lassen wir sie mal gewinnen, ne? Nein. Niemals. Ich produziere so lange auch, bis die Ostfront, die Westfront auch noch erreicht hat, oder was? Oh man, nehmen wir einen Bock mehr, Freunde. Freunde, Freunde der Sonne, ja. Ja, Beppo, lauf mir halt nach und töte alle. Töte am besten unsere Hauptbase. Töte. Töte. Ja, da kommt schon wieder so ein Dicker. Ja, Lexi steht voll im Kreuzfeuer, sie kümmert's, sie hat nen Dicken. Ja, Lexi hat aber den Dicksten. Ja, hm, er feiert über den Spalt, als ob er nix wär. Ja, ehrlich. Wir haben kein Potenzial zum Bauen, meine Mutter ist Handwerk. Ja, weil wir hier schon eine Milliarde Geschütze liegen. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Ja, das ist aber irgendwie... Boah, kann ich nicht meine eigene Basis verstören oder so? Wer ist der Suicide-Button? Ja, Momo, wir defen das, das ist alles cool. Oh Gott, siehst du wie viele da grad kommen? Wo? Von links? Nein, von Mitte. Oh ja, Badass-Panzer, mhm. Ja, Ost-Offensive, ja, schön. Best Front-Kund. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Ja, du stirbst ja auch die ganze Zeit, du bist ja auch einfach scheiße. Ja, komm, halt dein Maul. Das ist alles hier ein Movement, ist das hier. Ja, deine Mutter ist ein Movement. Nein, Ollis Mutter, keine Mutter. Okay, wir sagen jetzt einfach immer Ollis Mutter, obwohl wir eigentlich genau das gleiche meinen, oder? Ja, Ollis ist ja auch keine Mutter. Na, das stimmt allerdings nicht. Ollis, tut mir leid, dass ich die Head grad so beleidige, ich hab dich lieb. Nicht. Komm jetzt von Alex. Guck mal, dein Maul, ja, Alexi, die Pimmelsau. Oh, kannst du mal wieder laut im Headset schreien, wenn wir fertig sind mit der Runde, damit ich aufwache? Oh, ja. Dein Maul, ich schreie vielleicht laut, wenn wir gewinnen, ja? Er setzt direkt einen Groliad an unsere Zweitbase, die Sau. So. Okay, wir können die Zweitbase abschreiben, Momo nur noch Erstbase. Ich stehe jetzt bei dir in den Hauptbase. Ich bin gleich tot, weil Alexi... Die kann natürlich nach oben schießen, die hässliche Potsau. Boah, das ist so ein Kack-Game, ne? So kein Bock mehr. Ja, er merkt, das war die letzte Folge, danke fürs Zuschauen. Ja, und nicht, wie man nur 30-fach stirbt und nachher schon 18 Minuten wird. Halt, Beppo! Halt deinen Maul! Schieb dir deine Waffen sonst wohin! Da, wo die Sonne nicht hinscheint! Ja! Lexi, du hässliche! Nö, mit dir war nie was Ernstes! Das ist ja gelogen! Oh, da hab ich wieder einen Longhorn produziert, scheiße! Ja, komm, tue doch endlich unsere Base! Ich hab keinen Bock mehr! Ich mein's ehrlich, ich werd verloren haben, will ich nicht mal heulen oder so. Ich würd mich einfach freuen, weil's vorbei ist! Ja, ich würd auch nicht heulen, wenn wir verlieren. Ich würd mich in meinen Bunker zurückziehen, ja? Zyanin ein bisschen, ja? Bisschen Zyanit-Kaugummis, immer gut. Zyanit-Kaugummis? Oh, Alter! Ja, schau mal, wir machen die Krebs voll fällig! Ja, schau mal, wir machen die Krebs voll fällig! Bitte lacht über alles, was hier in dieser Folge passiert ist, ja? Schreibst du in die Kommentare, wie sehr ich dich amüsiert hab! Und ich bin nicht da, ich lese es dann erst, wenn ich nach Hause komm! Hast du da gar kein Internet? Ja, weiß ich ja nicht, Handy vielleicht ein bisschen, aber... Ja, ganz ehrlich, wo ich im Krankenhaus war, da konnte ich mir Dings kaufen, WLAN. Ja, kann ich da vielleicht auch, aber... Ich glaub, wir sind gleich tot. Ja, halt mein Maul! Oh Gott! Oh, oh! Es gibt nen Zerstörungs-Momo! Jaaa! Sieg! Sie haben etwas gefunden, Book of Eken! Denn warum steht da nicht Bacon? Will ich nicht. Ich hab... Dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir wollen das Ganze nicht noch länger in die... Lasst ne Bewertung da, liked unsere Facebook-Seite, dann wisst ihr auch immer, wann die neuen Folgen kommen und ist halt auch sonst up-to-date. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss! Alles! Das ist sie, das ist ist es!